Wenn du auf der Suche bist nach einer Farbe, um deine Küchenfliesen zu streichen, dann pass gut auf. Denn in diesem Video werde ich dir alles erzählen, was relevant ist, damit du ein geiles DIY-Projekt umsetzen kannst und deine Küchenfliesen super geil machst. Und wie du bei deinem nächsten Einkauf 5% sparen kannst, das werde ich dir am Ende des Videos erzählen. Also pass gut auf, bleib bis zum Ende dran, denn ich werde dir alles an die Hand geben, was du brauchst, damit dein DIY-Projekt vollumfänglich funktioniert. Und gerade bei Küchenfliesen, die regelmäßig gewissen robusten Einwirkungen unterlegen sind, gibt es einiges zu beachten, damit dein Projekt auch langfristig ein geiles Ergebnis erzielt. Also pass gut auf, starten wir rein. Grundsätzlich bei Küchenfliesen gibt es ja die Thematik einmal, dass dort sehr viel gekocht wird, dass die sehr robust sein müssen. Du streichst dort mit Reinigern rüber an, du reinigst den Untergrund regelmäßig, eventuell willst du auch Bodenfliesen streichen. Das kannst du auch mit der Farbe und worauf du zu achten hast, das erzähle ich dir jetzt. Und zwar, grundsätzlich empfehlen wir unseren zwei Komponenten Fliesenlack von Hamburger Lackprofi. Das ist ein hochergiebiger, hochrobuster Lack, welcher kratzfest ist, für Bodenfliesen und Wandfliesen bestens geeignet ist. Das ist quasi eine robuste All-in-One-Lösung. Und was du quasi bei der Vorbereitung zu beachten hast, bei dem Zubehör, das erzähle ich dir jetzt. Und zwar, grundsätzlich empfehlen wir das Lackierwerkzeug X300 hier von uns. Das ist ein Lackierwerkzeug, welches super einfach funktioniert, welches günstig ist und was du auch direkt nutzen kannst und loslegen kannst. Du kannst natürlich den Untergrund auch mit einem Pinsel streichen. Du kannst auch mit einer Lackierpistole streichen. Super einfach möglich bei dieser Farbe. Was musst du bei der Vorbereitung des Untergrundes beachten? Ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich erstmal auf keinen Fall den Untergrund mit einem seifenhaltigen Reiniger verwenden. Ganz wichtig, weil sonst geht der Lack kaputt, kann nicht haften und platzt nach einigen Tagen ab. Was musst du bei der Untergrundvorbereitung beachten? Erstmal grundsätzlich ist es wichtig, dass du auf keinen Fall einen seifenhaltigen Reiniger verwendest. Keine Seife benutzen, sondern Wasser, einen handelsüblichen Entfetter oder der Pro-Tipp und zwar die dazugehörige Verdünnung. Mit dieser Verdünnung hast du mehrere Vorteile, wenn du die noch nutzt. Du kannst natürlich den Untergrund reinigen, du kannst die Geräte anschließend reinigen, du kannst, solltest du beispielsweise kleckern, super sozusagen die Farbe damit einmal abwischen und du kannst sozusagen, und das ist das Tolle bei unseren Farben, weil du kein Schleifpapier benötigst, du musst den Untergrund quasi nicht anschleifen und du musst nicht den Untergrund grundieren. Du kannst, wie wir immer sagen, den Pro-Tipp machen und zwar nimmst du den ersten Anstrich mit der Farbe und gibst 10% Verdünnung dazu und das kannst du quasi wie eine Art Grundierung verwenden. Damit sparst du dir auch vor allem eine Grundierung, denn bei unseren Farben benötigst du keine Grundierung. Bei unseren Farben benötigst du nur ein bis maximal zwei Anstriche, gerade bei diesem Fliesenlack, der ist super hochdeckend. Und meistens wirklich reicht ein Anstrich. So, das ist erstmal alles Wichtige, was du bei der Untergrundvorberatung zu beachten hast. Als nächstes gehen wir in die Anwendung. Dadurch, dass dieser Fliesenlack ein Zweikomponentenlack ist, ist es wichtig, dass du nachdem, also du bestellst die Farbe und bekommst zwei Komponenten zugesendet. Ja, du bekommst einmal die Farbe und den dazugehörigen Härter. Das bedeutet, sobald du sozusagen den Härter und die Farbe miteinander mischst, härtet die Farbe erst aus. Und diese Farbe musst du in einem 5 zu 1 Verhältnis mischen. Das bedeutet, du nimmst fünf Teile Farbe und ein Teil Härter. Beispielsweise 500ml Farbe und 100ml Härter. Die mixt du und auch wichtig, nur so viel, wie du innerhalb von 60 Minuten auch wirklich verstreichst, weil die Farbe ist auch noch schnell trocknend. Das bedeutet, dass sie innerhalb von 60 Minuten trocknet. Wenn du Härter und Farbe quasi mischst, dann ist die Farbe nach 60 Minuten hart, egal wie viel Farbe du noch in dem Becher hast. Also nur so viel anmischen, wie du auch in 60 Minuten verstreichst. Und dann bist du dort auch auf der sicheren Seite. Bei der Farbe ein bis zwei Anstriche genügen. Du wartest 60 Minuten und kannst dann direkt den zweiten Anstrich machen. Und das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir hier alles an die Hand geben, was du brauchst und alle Informationen übermitteln, die du brauchst, um dieses DIY-Projekt umzusetzen. Ohne Probleme. Ich hoffe, du hast keine Fragen mehr. Wenn doch, schreib sie in die Kommentare. Und am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, dass ich dir noch erzähle, wie du bei deinem nächsten Einkauf bei farbenlube.de sparen kannst. Und zwar kannst du unserer Facebook-Community beitreten. Dort erhältst du zur Begrüßung einen 5%-Gutschein. Dort kannst du dich austauschen mit anderen Mitgliedern. Dort kannst du Fragen stellen. Wenn du Fragen hast, stell sie dort gerne rein. Poste vorher, nachher Bilder rein. Sende die uns auch gerne zu. Wir sind super stolz immer darauf, wenn wir sehen, was unsere Kunden mit unseren Farben alles so machen. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich habe dir alle Links einmal in der Produktbeschreibung niedergeschrieben. Dort findest du alle Produkte, das Zubehör, den Zugang zur Community, unsere Website und so weiter und so fort. Schau dort auf jeden Fall nach. Wir haben diese Farbe in über 190 verschiedenen Farbtönen, in drei verschiedenen Glanzgraden. Ich bin mir sicher, du wirst dort alles finden, was du brauchst. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du diesen YouTube-Channel abonnierst und uns dabei hilfst, diesen YouTube-Channel zum Wachsen zu bringen. Mein Name ist von Fleischer. Ich kaufe, ich konnte dir helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.